Na, ein bisschen noch die Shotgun. Reichweite ist auch sicher eine gute Sache. So, das haben wir vorhin geupgradet. Können wir sogar nochmal, aber ich spare ein bisschen. Machen wir maximale Gesundheit nochmal. Oh yeah. Rauchbomben verbessert. Zehn Sekunden länger. Chimmy, bei korrekter Konstruktion kann die Zeitdauer von Rauchwänden, die zur Deckung genutzt werden, erhöht werden. Perfekt. Oh Gott, die ganze Scheiße kracht hier garantiert gleich ein. Okay, das ist gut. Langsend, langsam. Jetzt bin ich gespannt. Okay, das ist gut. Tommy ist hier. Sind wir fertig? Nichts. Nur noch. Halt den Moment. Okay, und das war's. Fertig? Mach's schon. Drück drauf. Es geht los. Oh Gott. Schafft uns. Gibt's doch nicht. Ganz schön beeindruckend. Du schuldest denen zwei Millionen. Okay, Joel. Reden wir. Moment. Da ist Mr. Ziegelstein. Perfekt. Das ist nicht mein Host hier, Ziegelstein. Kann man ja einfach liegen lassen. Die bunte Truppe seid ihr hier. Ah, sind gute Leute. Hier kriegen sie eine zweite Chance. Ist für alle noch eine Chance. Warum bist du aus Boston abgehauen? Ich erlebe jetzt Abenteuer, kleiner Bruder. Schätze, das hat wohl was mit dem Mädchen zu tun. Es hat sogar nur mit dem Mädchen zu tun. Gut. Erzähl schon. Sie ist immun. Immun wogegen? Ja, ich weiß. Aber ich hab gesehen, wie sie ohne Ende Sporen eingeatmet hat. Und nichts. Ich wollte es auch nicht glauben. Aber es ist so. Okay. Ich glaub's. Was soll sie hier? Sie muss irgendwie zu den Fireflies. So wie ich das hier einschätze. Könnt ihr sie hinbringen und kriegt dann den Lohn. Ich hab ewig kein Firefly gesehen. Aber du weißt, wo sie sind. Ich verlang nicht viel, Tommy. Einfach Ausrüstung. Und dann bin ich wieder weg. Warum sollte ich das für dich tun? Das ist nicht für mich, Tommy. Es geht um deine Sache. Meine Sache ist jetzt die Familie. Wir reden hier doch nicht von einem Spaziergang. Herrgott, nochmal. Sollen Maria ein paar von deinen tollen Freunden dazu bringen. Wir haben auch Familie. Tommy, es muss sein. Du willst Ausrüstung? Klar. Aber das Mädchen werde ich dir nicht abnehmen. So dankst du mir also alles, ha? Dir danken? Für die ganzen Jahre, die ich für dich da war. Für mich. So siehst du das. Ich habe nur Albträume aus der Zeit. Tommy, nur durch mich hast du überlebt. Hat sich nicht gelohnt. Ich bringe die Heilung für die Menschheit und du spielst bockiger, kleiner Bruder? Wir sind nicht zu Hause. Fass mich noch einmal an und es wird böse für dich enden. Was war das? Das ist ein Angriff. Du weißt ja noch, wie man Leute umlegt, oder? Ja. Die Wute, die er jetzt auf seinem Bruder hat, werden wir ausnutzen. Shit. Boah, sind die gut gepanzert. Ah. Guckermit. Boah, ich darf gar nichts. Nice. Geht's doch. Wir konnten die so schnell die Eindrücke, das war ziemlich gut bewacht. Fuck, die Waffe ohne Mist. Wenig Munition. Ich brauche eine bessere Position. Hell yeah. Komm schon, du kriegst auch einen Gehirnpuster. Gehirnpuster. Das ist ziemlich cool. Hedgehog und Gehirnpuster. Oh shit, ich hab dann sogar die ganze Birne weggeballert. Ja, oh shit. Das genüsslich genommen. Ballert die weg. Boah, das ist aus wie hell. Welche Frisur fasst. Boah, ich geh doch nicht zur Seite. Schön in die Seite. Ich weiß, dass ich upgradeet hab. Die haben meine Werkbank nämlich schön zerstört. So, yeah. Oh shit. Gut gemacht. Oh, ne Axt. Muss ich mitnehmen, sorry. Auch wenn da noch so ein Ding dran ist. Können wir da noch was dran basteln, bitte. Hell yeah. Cool. Jetzt haben wir selbst da die Zacken dran. Da kommen die. Boah, mir geht so langsam die Munition aus. Irgendwann treffen die nun mal. Irgendwann treffe ich auch. Hierher. Ganz dreckig gepanzert. Okay. Zeit für ne Heilung. Ich werde versuchen, die zu flankieren. Ah, da kommt mir einer entgegen. Oh, gute Nacht. Gut, dass das letzte Schuss war. Hier geht die Munition aus. Aber volle Pulle. Oh, der hätte eigentlich in den Kopf gehen müssen. Egal, wir haben den Bogen. Oh. Hat er den vor mir erledigt. Egal. Shit. Shit, 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 shit. Shotgun ist ne gute Idee. Schnelle nachladen und dann pusten wir die um. Und tschüss. So ein Gummiform ist der da irgendwie an die Wand geklatscht. Richtig so. Immer auf die Beine. Schön flankiert. Wir müssen zu den Frauen. Bin schon da. Joel. Jetzt mach schon. Was war denn das? Oh. Scheiße. Warum hab ich gedacht, das ist einer von mir? Du bist. Ja. Ja, way to go. So kann man auch die Munition verschwenden. Ah, der Typ, der eigentlich gehen wollte, sitzt hier. Arme Sau. Wäre der mal gegangen. Ammunition. Na, wer möchte den Gehirnpuster? Ach komm, der Millimeter. Was ne Sau. Glaub's ja wohl. Komm schon, der ist doch mies. Nehmen wir den Bogen. Bogen, 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 Bogen. Ha, Überraschung. Ah, ich dachte, der trifft. Der wird aber gleich treffen. Ey, ich hab getroffen. Bullshit. Ach, du mieses Sau. Ach, die sind hier. Okay. Ich dachte, wir haben noch Feinde. Ich schieße die ganze Zeit meine Feinde drauf. Bist du okay? Ja, ja, alles klar. Alles klar. Joel, oh Mann. Sie kamen aus allen Richtungen und Maria schrieb, wir müssen weg. Und dann sind wir über die Tische und der Riese schießt und der Spruch fliegt. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Hör zu. Hey, hey, bist du verletzt? Nein. Gott verdammt. Ich muss mit dir reden. Vergiss es einfach. Der soll sich jemand anders suchen. Maria, ich kann das einfach nicht ablehnen. Ist dir klar, wie viele Männer wir verloren haben? Worüber sprechen die denn? Hat das was mit mir zu tun? Wir reden später darüber. Weißt du schon, wo das Labor ist? Wir reden darüber später. Später. Toll. Ein Fehler, ein Fehler und ich gehöre zu diesen Witwen, okay? Ich muss das tun. Ich weiß nicht, was ich sonst sagen soll. Gut. Maria. Maria. Jetzt geht's los. Du. Wenn irgendwas, wenn irgendwas schief geht, bist du schuld. Sie ist dankbar, weißt du? Ja, ich weiß. Ich bringe dein Mädchen zu den Fireflies. Brauchst dir keine Sorgen machen. Es ist das Beste. Vielleicht kommt dir was Gutes dabei raus. Ich rede erst mit Ellie. Nochmal, ich verstehe nichts. Joel. Was, was ist denn? Dein kleines Mädchen. Sie ist mit einem unserer Pferde abgehauen. Verdammt. Wolang? Komm mit. Ich hab sie gerade wegreiten. Ich hab sie gerade wegreiten sehen. Geh wieder rein. Hat sie das geahnt? Okay. Sei vorsichtig. Ja, ruhig, ruhig. Sie ist wirklich dumm. Kann er überhaupt reiten? Ja. Er muss einfach, obwohl man einmal geritten ist. Der Arsch muss so wehtun. Was können wir noch alles in dem Spiel machen? Wir schleichen. Wir haben geile Action. Wir haben eine super Story. Und wir reiten auf dem Pferd. Red Dead Redemption. Hey. Sie kann noch nicht weit sein. Wir finden sie. Keine Sorge. Dieser Dickkopf. Macht sie das öfter mit dir? Eigentlich nicht. Ich weiß nicht, was sie hat. Sie hat das irgendwie geahnt. Ich glaub, Joel wollte einfach, dass sie zu ihm geht. Und dann... Was ist das mit den beiden? Aber hier ist ja einfach mit Ellie reden sollen. Ganz einfach. Hier geht's nicht weiter. Komm. Gehen wir außenrum. Ellie, was soll das denn los? Hm. Langsam müsste Ellie auch mal 15 werden. Ja. Spuren. Boah, das ist aber wahr. Flucht tief. Ruhig. Ich jag das Pferd hier durch. Du stolperst. Hallo. Ja. Da, hä? Wie viele sind es? Verdammt, viel zu viele. Geh außenrum. Geht's doch gar nicht. Ellie kann nicht hier durchgegangen sein. Aber die wurde gefangen genommen. Komischerweise liegt ein Fluch auf dieser Waffe. Heißt nicht umsonst, El Diablo. Oh. Ugh. Oh. Das war glaube ich. Wie viele sind. Wie viele